Eins, zwei, drei. Sleepy Mario und Luigi schauf. Aufwachen Mario, aufwachen, aufwachen, aufwachen. Ah, ah, ah. Was ist denn los, Luigi? Es ist jetzt Halloween-Tag. Was? Ich habe Angst vor Halloween. Ich muss mich verstecken. Warum, Mario? Warum hast du Angst vor Halloween? Deswegen, ich, da gibt es Skeletten, Monsters, Geister, Frankensteine und Vampire. Auch Fledermäuse. Von mir sage ich Geister. Bitte helf mir, Luigi. Ach, Quatsch, Mario. Du redest Blödsinn. Komm mit. Guck mal, Mario. So viele Leute sind hier im Party, um das Halloween zu feiern. Ich bleibe hier. Und du gehst. Tschüss. Aber... Oh. Das ist ein bisschen zu gruselig. Boo! Ah! Ha, 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 ha. Du hast mich aber erschreckt, du Kleiner! Whoa! Hä. Hm. Blödheit. Und jetzt... Jeha! Mein Name ist Flip. Oh, hi Mario! Hi Toad! Wie geht's dir Toad? Mir geht's gut und du? Ja, lass... Hey! Komm, lass uns tanzen, Mario! Ähm, Wudi, das hast du gerne, das nicht tun soll. Ja. Luigi! Was ist, Mario? Wudi, der blöde Cowboy hat mich weggeworfen! Und ich möchte, dass du auf Wudi gehst und ihn fertig machst. Okay, Mario. Wudi ist bekloppt, okay? Ja, Wudi ist bekloppt. Gut, ich schlage den. Ja. Autsch! Ja! Hey! Hey! Autsch! Was ist denn los, Luigi? Du hast Mario weggeworfen! Also, du bist bekloppte Cowboy! Autsch! Hä? Luigi, du hast Wudi weggeworfen, also werfe ich dich weg! Autsch! Autsch! Da bist du ja wieder! Autsch! 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 besser. Wir gehen woanders. Ja. Den auch. Woody auch. Und Tod auch. Wir wollen ohne dich feiern. Du tötest alle Leute mit Luigi. Geh und geh mal deinem Bruder. Nicht schon wieder. Da bist du ja wieder. Also, diese Halloween-Party ist so doof gegen die Leute. Die tanzen so furchtbar blöd. Also bleib ich und mit dir hier. Bam, 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 bam. Ja, das ist Spaß. Wir haben Schokokuchen. Ah, ja.